Leute, 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 nein, heute reden wir nicht über eine weitere YPC-Folge. Wir haben auch kein Szene-Talk, aber ich habe mir gedacht, hey, es gibt vielleicht eine Art Format, womit man Themen besprechen kann, ohne dass wir persönlich da inbegriffen sind, sondern wir losen uns einfach die Rollen aus. Und jetzt denkt ihr, hä, was ist das denn für ein Krams? Pass auf, ich erkläre euch erstmal kurz den Grund. Ich habe letztens gestreamt auf Twitch und jemand kam in meinen Twitch-Channel rein und meinte, IC, Uli Bayer ist jetzt auch bei ZEK, so eine Scheiße. Ich kann es jetzt nicht zitieren, ich so, hä, was ist denn da jetzt so schlimm? Dachte ich mir nur so, ne? Und dann gab es eine Diskussion, lange Rede, kurzer Sinn. Er wollte darauf hinaus, Angel-Influencer zerstören den Markt. Und das ist jetzt die Frage. Genau diesen Topic habe ich mir aufgegriffen und dachte mir, okay, das ist echt ein spannendes Thema. Ich würde gerne wissen, wie seht ihr das Ganze da draußen? Aber ich kann jetzt nicht einfach so ein Video machen wie, ja, hier die Angel-Influencer, ne? Ja oder nein? Schreibt mir in die Kommentare. Sondern, ich habe in einem anderen YouTube-Format, also es ist nicht ganz meine Idee, muss man wirklich gestehen, Grüße raus an Sea Bass da draußen, NBA-Basketball-Influencer. Und ich habe gedacht, wir machen ein Debatten-Format daraus. Angel-Influencer zerstören den Markt. Einer nimmt die Pro-Seite, also ja, Angel-Influencer zerstören den Markt. Der andere nimmt die Contra-Seite an. Ne, das ist totaler Quatsch. Und wir haben ausgelost. Ich habe die Pro-Seite. Ich muss sagen, Angel-Influencer zerstören den Markt. Und Turket, mein Freund, hier an der Seite. Das ist totaler Bullshit, das Junge. Was ist los? Genau, genau so sieht es aus. Also ein bisschen Teufels-Advokat ist das halt. Also wir haben halt wirklich, das ist jetzt nicht unsere Meinung, hier auch großer Spoiler, sondern wir versuchen den anderen in einer Art von Rollenspiel davon zu überzeugen, dass natürlich die Seite recht hat. Einfach um euch auch so ein bisschen Anhaltspunkte zu geben. Was sind denn gerade Debattenpunkte da drin? Was ist los? Und darauf haben wir uns jetzt zehn Minuten vorbereitet. Das heißt, wir haben uns jetzt ein kein Snopad geschrieben, wo wir uns halt jetzt mal spontan, was uns aus dem Bauch heraus einfällt, wieder zu sagen können. Genau. Ohne direkt auf Mutter zu gehen, sondern wirklich beim Thema zu bleiben. Er hat es verboten. Ich wollte es tun, aber er hat es verboten. Das ist nichts Persönliches. Er hat jetzt auch noch Photoshoppen. Das heißt, wir wollen es immer sagen, die Rolle, die wir zugelost bekommen, muss nicht unsere eigene Meinung sein. Deswegen, just saying. Also es ist wirklich nur die Debatte eröffnen und probieren argumentativ darüber zu reden. Das heißt, wenn ihr Namen fallen oder Beispiel oder sonst irgendwas, es gehört nur zur Debatte. Aber ich habe keine Namen mit drin. Ich weiß nicht, ob du welche hast. Oh Gott. Das weiß ich nicht. Ich gehe mir auf Mutter von Angelläden. Okay. Ich würde sagen, wir starten einfach los. Und wir tun einfach so, als würden wir uns treffen. Okay? So süß. Auf süß Fall. So Roleplay. Wie du damals bei das Schwarze Auge. Weißt du noch? Erinner mich nicht daran. Hey Turkelton, ich grüße dich. Ey, letztens, wir haben sich jetzt lange nicht mehr gesehen. Aber letztens, ich weiß ja, dass du auch Angler bist. Von der Merch. Von der Merch. Mr. Waller Bester. Da war tatsächlich einer und kam an und meinte, ey Mann, Uli Bayer jetzt zu Zeck, ne? Und die ganzen Angel-Influencer, die zerstören doch nur den... Hör auf. Die zerstören doch nur den Markt. Und ich verkochne jetzt seine Meinung. Wirklich. Als nächstes wird doch die Enteignung haben hier. Was ist los? Nee, aber jetzt kommen wir jetzt... Marktwirtschaft, Junge. Komm, hör doch mal auf mit deinem Mist. Marktwirtschaft. Ja, das ist... Ja, gibt's halt... Ja, was willst du? Ja, das ist erklärt jetzt. Pass auf, du musst mich ausgehen lassen. Du musst mich ausgehen lassen. Das haben wir nie gesagt. Reintrechnen ist kein Argument. Pass auf, das Problem an der ganzen Sache... Ich sag dir, was persönlich jetzt an meinem Problem ist. Okay. Durch die große Reichweite dieser Angel-Influencer. Und wenn ganz viele Angel-Influencer von Firmen aufgekauft werden, dann heißt es ja auch, dass durch die große Reichweite viele dieser Produkte einfach nur noch beworben werden. Aber das heißt ja nicht, dass die Produkte wirklich besser sind. Das würde so an meinen Worten heißen, meine Schnur, die ich mir gerne kaufe, ist eigentlich viel beschissener, äh, viel besser als die Schnur, die der da bewirbt. Das heißt, es wird eigentlich Kacke an den Mann gebracht und die guten Produkte, die sterben aus, weil die keinen Abnehmer mehr finden. Aber eigentlich, das sagst du auch nur aus einem Grund. Du gehst immer noch zu deinem kleinen Laden um die Ecke, der immer noch irgendwie einmal in der Woche rauskehrt, irgendwelche Überraschungsboxen daraus baut und die erklärt, dass diese chinesische Schnur doch die beste japanische Schnur der Welt ist und du lässt dich genauso influenzen, aber halt von deinem komischen Typen in den komischer runtergekommenen Laden, wo die Leute dran vorbeigehen, Nase rümpfen und die denken so, ich weiß ja nicht, ob die da drin Drogen kochen oder so. Also du lässt doch auch Influenzen. Ja, auf der einen Seite vielleicht schon, aber ich habe ja beide Schnuren getestet, beide Schnüre getestet, ne? Und wie hast du das gemacht? In wissenschaftlichem Verfahren, wie große Angelfirmen das leisten können, die die genaue Tragkraft der Schnüre auch unterbrücken können? Persönliche Meinung. Okay, also keine Fakten. Nein, das ist auf jeden Fall kein Fakt, aber es ist einfach ja meine persönliche Meinung, weißt du? Aber das kann doch nicht sein. Produkte sterben aus, Produkte sterben aus, deswegen. Weißt du, und dann die Kunden werden ja auch, guck mal, jetzt stell dir mal vor, wir haben... Sagt dir ein Produkt, was ausgestorben ist. Uh, das ist, ähm... Touché, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber meine China-Schnur kann ich bald nur noch in China bestellen, weil die nicht mehr nachbestellt wird, weil die keinen Abnehmer findet. Ne? Und ich sag's dir einfach, wenn diese Influencer zu den Firmen gehen, ne, dann ziehen die ja auch die Kunden, die vorher bei den kleinen Online-Shops gekauft haben oder bei den lokalen Händlern auch mit zu diesen großen Firmen. Allein das, weißt du, das... Ja, aber als ich, ich verstehe das Argument, aber jetzt sag mir doch mal, wie viele kleine Angeläden gibt's da noch? Es gibt doch nur Fisherman's Partner und die Großen. Angelspezi, Fisherman's Partner, Angel-Joe. Du, 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 du lebst doch in deinen alten 90er, wo es gefühlt Sex in Angeläden gab. Hier in München gibt's noch zwei. Es gibt noch zwei. Und zwar Fisherman's Partner und AKM Angelsport. Mehr gibt's nicht mehr. Angelspezi haben wir hier noch. Ja, Angelspezi ist auch eine Franchise, ist auch ein Franchise. Dann haben wir... Hier, Kastrup, Angelsport, Kastrup, Grüße gehen raus. Mal gucken, wie lange noch Grüße rausgehen. Und guck mal, aber... Du kannst das Sterb der Innenstädte und dieser kleinen Leben nicht auffallen. Das ist heute schon so. Selbst da stehen jetzt hier immer mehr guten Alter, weißt du? Ja, Megastore. Herzlichen Glückwunsch. Nein, das ist kein Megastore. Nee, aber du weißt doch, was ich hinausfülle. Diese Debatte kannst du nicht führen. Schau doch in die Innenstädte rein. Die sind leer. Warum? Weil sie die Zeit verpasst haben. Weil sie abgehängt sind. Und es hat nichts mit Angel-Influencern zu tun, aus meiner Sicht. Du wurdest genauso Influenced und dein Opa wurde Influenced in diesen kleinen Angelläden, die immer geguckt haben, ey, was für eine Route ist noch da? Ach, guck mal, da kommt wieder der Eisite dran. Die kann nicht jeden Scheiß verkaufen. Guck mal, hier, beste Route. Aber das liegt doch auch... Das ändert sich doch nicht. Das liegt doch auch an den Preisen. Guck mal, die Angel-Influencer kommen zu den Firmen, können mehr Werbung machen, mehr YouTube-Feedos rausbringen. Es können mehr Produkte bestellt werden. Es kann viel günstiger produziert werden. Da kommen die kleinen Firmen noch nicht mehr mit. Die sterben. Ja, aber die können ja noch im Angel-Magazin ja werben. So wie die großen Sport-Hex-Routen, die super günstig sind. Ja, aber auch Print-Medien sterben noch aus. Ja, deswegen. Aber warum tut sich nicht so ein kleiner Angel-Laden mal einen jüngeren Herzen, der doch mal Social Media für die E-Macht? Es gibt doch auf Twitch, wie heißt unser Freund, der in dem kleinen Angel-Laden arbeitet, fällt jetzt der Name nicht ein, scheiße, der streamt und arbeitet für einen kleinen Angel-Laden und macht Cross-Promotion und seinen Stream für den Laden. Sebo ist Angel-Channel. Jetzt habe ich es. Sebo macht es auf Twitch. Grüße Graus, der wurde jetzt gefeuert. Okay, da ist ein Beispiel gerade kaputt gegangen. Mann, Sebo. Aber man könnte es machen wie Sebo. Der hat mit dem Angel-Laden gearbeitet, hat da einen Rabatt-Code gegeben. Das können auch kleine Angel-Laden. Das ist ein kleiner Angel-Laden. Das ist kein riesen Online-Shop. Man muss ja auch mal ein bisschen innovativ sein, wenn man sich aber die ganze Zeit hinsetzt und wie so ein Deutscher immer da sitzt und alles ist so schrecklich und ich möchte, dass mir die Regierung hilft. Nein, hilf dir selber. Selber helfen. Kleine Angel-Laden können das auch. Die können genauso influenzen. Die haben das bisher auch immer gemacht. Was ich auch sagen muss, natürlich sterben die Angel-Laden auch. Warum? Weil keine jungen Leute mehr nachkommen. Und du musst halt die Leute auch und ein kleiner Angel-Laden, der ist halt einfach nicht so attraktiv für einen Jungen. Aber keine Ahnung. Schau dir die ganzen Angel-YouTuber an. Du bist selber einer. Aber auch andere, wie Yoshi Nato und so, die haben mich zum Angel gebracht. Mit Angelcamp. Ich hätte nie mit dem Angeln angefangen, hätte es dieses Angelcamp nicht gegeben. Weil ich mir gedacht hätte so, ach, das ist ja doch ganz cool. Ich war bei meinem Opa mal geangelt irgendwann. Mal als Kind. Aber ich wäre ohne die Influencer nicht zum Angel gekommen. Und Hecht und Barsch und Zack hätten sehr viel weniger Geld eingenommen. Und wenn es wer von mir gibt, dann kriegst du die halt. Aber mich hätte auch der kleine Angel-Laden nicht gekriegt. Weil diese Zielgruppe hätte er nicht erfassen können. Weil ich hätte mich nie in so einen Angel-Laden verirrt. Ja, okay. Das Argument stehe ich dir zu. Auf jeden Fall. Das ist ein gutes Argument. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument, dass dieses typische Influencer können besseres Marketing machen. Und dann ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit. Ein kleiner Angel-Laden hat nicht so viel Geld, dass er Nachhaltigkeit investieren kann. Der muss für uns über Leben kämpfen. Der hat keine Chance. Eine Firma wie ZEK, die haben gerade die komplette Produktpalette der Verpackungen umgestellt. So etwas Unwichtiges wie Verpackungen umstellen, das kann nur eine große Firma, die genug Geld quer subventionieren kann, um da reinzugehen. Der kleine Angel-Laden kann nicht sagen so, ja irgendwie an jedem Blinker hängt irgendwie so ein kleiner Plastiknüppel. Die knippst sich jetzt alle ab und tue sie in ordentlich in Verpackung rein. Das kann der nicht machen. Der kann nur das nehmen, was geht. Wenn du aber auf Nachhaltigkeit setzen willst, musst du auf große Firmen vertrauen, die sich das auch leisten können. Nachhaltigkeit muss man sich leisten können, das können nur große Firmen. Aber das macht es ja noch umso schwieriger. Du kannst ja gar nicht mehr Fuß fassen. Wie hat es denn zum Beispiel einen Spin-Ride-Shop geschafft? Zum Beispiel. Das würde ich auch noch unter den kleineren Online-Shops zählen. Aber die haben es doch auch ganz weit nach oben geschafft, ohne große Influencer. Ja, aber die haben sich mit Instagram zusammengetan. Die haben viel Werbung gemacht. Die waren sehr viel aktiv. Die haben geantwortet. Die waren aktiv in der Community. Jeder kannte sie. Sie haben mit außergewöhnlichen Sachen gearbeitet, wie, keine Ahnung, das ist bei Hecht und Barsch drin. Am nächsten Tag war es im Spin-Ride-Shop drin. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ob die dann ins Lager zu Hecht und Barsch gefahren sind und selber eingeräumt haben. Aber die waren immer super schnell und das immer alles gekriegt. Die haben einfach, glaube ich, wahnsinnig viel Plan gehabt, wie das alles funktioniert. Die haben wahnsinnig viel marktwirtschaftliche Ideen, glaube ich, dahinter gehabt, um das so hinzukriegen. Weil die waren auch immer die günstigsten. Die haben es ja günstiger zum Teil angeboten als Hecht und Barsch. Also, du musst halt ein Konzept haben. Das ist das, was ich meine, mit den kleinen Angelegenen, die halt viel weinen und sagen, wir sterben alle aus. Naja, ihr müsst was dran tun, dass es funktioniert. Sonst würde sowas wie Spin-Ride-Shop nicht gehen. Und ein wichtiger Punkt, warum ist das Influencer-Sachen so wichtig, sind die Preise. Hört sich jetzt irgendwie schizophren an, aber du musst auch als große Firma in ganz anderen Preisregionen arbeiten. Das ist halt leider einfach so. Das kannst du einfach als kleiner Angelladen nicht bringen. Und das ist natürlich gemein, aber ohne die Influencer habe ich das Gefühl, wird das Angeln mehr oder weniger aussterben. Warum? Ich sehe es bei uns im Angelfall auch. Die jungen Leute kommen nicht mehr. Wir haben wahnsinnige Probleme, neue junge Angler zu kriegen. Oder auch Angler in den 30ern. Die wenigsten haben Bock auf sowas mit Arbeitsdienst und sonstigen Sachen. Das heißt, die Angelbranche hat ein Zukunftsproblem. Es wird irgendwann diese 80-jährigen Kochtopfangler nicht mehr geben, die ich in den Shop sehe. Wenn ich zu Fisch und mein Partner reingehe, dann sind da keine Hippen mit 20er mit Basecaps, sondern da ist Opa Herbert und Onkel Heinrich und die holen sich halt fürs Schwimmbrot angeln ihren Scheiß. Und das hat leider ein Problem und sie müssen es halt hinkriegen, dass es cool und fancy wird. Deswegen funktioniert sowas wie LMAB. Gleichzeitig, Gegenbeispiel ist ZEK. ZEK hat sich von diesen jungen, hippen Unternehmen wegbewegt und ist jetzt sehr viel professioneller und anders geworden, weswegen auch so ein Uli Bayer da arbeiten kann. Und ich glaube, deswegen funktionieren auch Hecht und Barsch und ZEK ganz gut zusammen, weil sie unterschiedliche Zielgruppen so ein bisschen abfräsen. Ja, das funktioniert gut. Also du willst mir sagen, nicht der Influencer ist schuld, sondern einfach die Art und Weise. Der kleine Shop muss sein eigenes gutes Marketing finden, damit er da, weil die ZEK und LMAB waren ja auch immer einer im Punkt sozusagen, wo sie nicht in Influencer investieren könnten. Also ich fasse nur gerade zusammen, wie du es mir erklärt hast und jetzt an der Position könnte sich halt Marketing mit Influencern leisten, aber man muss zum Beispiel auch bei anderen Firmen gucken, wie zum Beispiel bei Spinrite Shop, dass man dann einen anderen Weg drumherum findet, wie zum Beispiel bei einem Fish Explorer, bei einem Spinrite Shop. Wie sieht das bei einem Fisherman's Partner aus zum Beispiel? Was machen die? Was machen die denn dann? Die sind ja auch groß. Ja. Oder ein Ascari macht es über die Preise zum Beispiel, glaube ich, oder? Ja, unmittelbar die Qualität der Produkte, die halt öfters einfach nicht so hochwertige Sachen haben. Ich habe hier zum Beispiel einen Filetiertisch, da sind viele Sachen, die nicht gut funktionieren, aber hat halt 60 Euro gekostet. Das ist halt genau diese Schmerzgrenze, wo du sagst so, ach, ich kaufe es mir. Wenn es ein bisschen scheiße ist, nimmst du es mit. Und so ist es für mich Ascari. Ascari ist das die hochwertigsten Sachen und die krassesten Sachen, aber immer noch, sag ich mal, zum Beispiel von Shimano und Daiwa haben es jetzt nicht die extremen Sachen. Natürlich haben sie auch Sportrex-Routen und sowas, aber ihr Markt ist so der sparsame Angler, wirklich Ascari. Also der typische Ascari-Kunde ist ein sparsamer Angler, der aber nicht auf Qualität verzichten will, der jetzt nicht ins unterste Regal langt, aber auch nicht ins mittlere, sondern dann eher ganz oben, wo es günstig ist und ganz unten, wo es günstig ist. Und das ist Ascari und Fisherman's Partner hat einfach eine Marktmacht. Die haben auch keine guten Preise. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Fisherman's Partner sehr günstig einkaufe oder so, absolutes Gegenteil. Aber die haben halt eine Marktmacht. In München gibt es halt nur und im Umfeld gibt es halt nur noch Fisherman's Partner und halt zum Beispiel Arkheim-Angelgeräte bei uns. Haben Fisherman's Partner noch lokale, große Stores oder was? Ja, nur. Ah, krass. Okay. Also ganz viel. Also bei uns, keine Ahnung, so 100 Kilometer Umkreis, glaube ich fünf Märkte. Ja, okay, alles klar. Also von dem her, die machen es halt durch die Marktmacht, die haben halt alles sozusagen weggedrängt. Das ist so das typische, für mich ist der Fisherman's Partner der Mediamarkt der Angelläden. Okay. Der halt die, ich würde nicht sagen verdrängt, sondern dafür kann ja Fisherman's Partner nicht. Ich finde auch, dass das Mediamarkt nichts dafür kann, dass alle kleinen Computerläden geschlossen haben, aber die waren halt einfach nicht rentabel und wirtschaftlich aufgestellt. Und das ist das ganze Geil, das ist das Geil-Thematik, weil bei Mediamarkt gibt es ja genauso bei Fisherman's Partner, wenn du die Angebote kaufst, dann ist es zum Teil günstiger wie online. Also sie haben halt ihre drei, vier Log-Angebote und läufst du rein und das war's. Aber du hast jetzt keine krasse Fachberatung. Ich sehe das auch zum Beispiel beim Golf, wenn es ist ähnlich. Da gibt es auch kaum noch kleine Golfläden, die gibt es meistens so am Golfplatz, ganz klein, aber immer sehr teuer. Oder Half-Golfhaus, wo ich vor zehn Jahren mit Golf aufgehört habe, gab es noch mehr kleine Läden. Da ging es noch hier rein, da rein. Heutzutage gibt es nur noch Golfhaus-Filialen. Also es ist einfach, das Problem sind auch die Mieten. Du musst dir auch überlegen, was kostet dir so ein Gebäude in München? Du kannst es dir halt nicht leisten. Du musst jetzt halt so viel Umsatz machen und jetzt habe ich jetzt keine Zahlen, ich habe auch keine Einsichten. Ist okay, ist okay. Aber ich weiß nicht, wie hoch sind die Margen beim Angeln? Equipment für einen Shop? Also für Hecht und Bar schon für Zeck? Riesig wahrscheinlich. Und deswegen können sie es auch machen, aber sobald du einen Zwischenhändler hast, verdient der als Zwischenhändler nichts, wenn der mit den Preisen mitgeben muss. Von dem her, glaube ich, ist es auch super schwer, so einen Angelladen zu halten, weil mit Tauwürmern und ganz ehrlich, Hand auf Herz, was kaufst du in einem Angelladen? Du kaufst Lebenköhler. Ja, Lebenköhler und Terminal Tackle, ja man. Ja, aber wann hast du die letzte Angel in deinem Angelladen gekauft? Vor fünf Jahren. Ja, ich auch. Und die liegen unten verstaubt in der Ecke, weil ich sie nicht mag. Also, naja, wofür jetzt Fischern, wenn es Partner nichts kann? Es sind halt einfach die Eigenmarken, die du halt kriegst, wenn du den Fischereischein machst, da kriegst du halt irgendwie 25% Rabatt. Du hast keine Ahnung, was du tust und kaufst die halt. Ist aber für mich, das Kundenexperience, war so, ja super, jetzt habe ich irgendwie 300 Euro Routen gekauft, die ich gar nicht gerne angle. Oh, guck mal, hier, eine LMAB-Route, boah, eine ZEC-Route, boah, eine Lieblingsköder-Route. Das Problem ist halt auch, sie tun sich so ein bisschen kaputt machen und das ist zum Beispiel beim Golfhaus anders. Ich kann es kurz, 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 dass man so ein bisschen versteht. Ja. Ihr habt ja verschiedene Schläger und ihr geht zu sogenannten Fitting. Könnt ihr euch vorstellen, ob eine Angelfeucht angefertigt wird? Da geht ihr hin, wählt ihr vermessen und dann schauen die, welchen Golfschläger du am besten schlagen kannst. Dann hast du verschiedene Marken, so wie ZEC und Hecht und Barsch, das gibt es auch beim Golf. Und dann machen die aber ein markenunabhängiges Fitting. Das heißt, du kannst alle verschiedene Marken durchprobieren und am Schluss nimmst du den Schläger mit, der am besten funktioniert hat. Das ist ein krasses Kundensupport-System. Aber das wäre was richtig Gutes für einen lokalen Laden. Ja. Ein Fitting, dass man sagt, hey, wir gehen mit dir, hier, wir haben irgendwie ein Gewässer in der Nähe, da haben wir Tages, nimm einfach mal fünf Routen mit, wir gehen mit, geben dir ein bisschen Tipps, wie du da angelst und dann kaufst du die Route. Würde wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern die Golfers sind, glaube ich, sind wir eigen. Dann werden die auch für uns hergestellt und gemacht und so. Die haben auch Werkstätten, die machen dann alles für dich. Und du kaufst sie halt da. Ich glaube, Angelegen hätten das Problem, dass du das Mediamarkt-Prinzip bist. Du gehst da hin, probierst fünf Routen durch. Ja, Herbert, ich komme nächste Woche nochmal. So, LM, hechtundbarsch.de. Ah ja, guck mal, da ist Shimano-Woche. Zack, 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 Enter. Ach, guck mal, ich habe noch 70 Euro gespart. Ich glaube, dass der Angler das nicht wertschätzen würde, vermute ich, weil schon ein bisschen die Geistes-Geile-Mentalität da ist. Aber ja, sowas könnte man auch für Angeln machen, dass man halt ein paar Leihangeln hat von einer Marke und dann kann man halt mal die Nays ausprobieren, bevor man sie kauft. Wäre auf jeden Fall eine Kugel. Perso da lassen, kurz einmal angeln gehen damit, könnte man vielleicht machen, ja. Es ist so bei Golfhaus, du gehst hin und sagst, hey, ich hätte gern dieses Dreierholz, dann kriegst du es für drei Tage mit und wenn du es halt nicht wiederbringst, dann haben die halt deine Kreditkartendaten und buchen es dir halt dann ab. Ja, aber ich finde es stark, dass du gerade auf jeden Fall schon so eine Lösung eigentlich für die Lokalen sozusagen gefunden hast. Das passt ja eigentlich schon ganz gut. Aber eine Sache habe ich noch und ich glaube, da kannst du gar nichts gegen sagen. Wird zwar jetzt nicht, alle anderen Punkte gebe ich dir absolut recht und sehe auch ein, dass Angelinfluencer nicht dafür schuld sind, nachdem du gesagt hast, dass die kleinen Lokalen sterben. Aber nehmen wir jetzt mal die großen Angelinfluencer, nicht jeder, aber viele, die ihre eigenen Gummifische produzieren, ein China-Produkt einkaufen, sich da einfach ihre Farbe machen lassen und sagen, hey, das ist mein neuer Gummiköder und sich einfach nochmal so eine Mark davon abzwacken wollen von dem Kunden, damit ganz viel Videos sagen hier, der fängt besser als alles andere und im Grunde genommen hat man damit nur das gleiche China-Produkt, was der China-Land im Deck auch verkauft. Ich meine, das ist doch scheiße, oder? Absolut. Ich glaube halt immer, dass sich das bewahrheitet. Also du kennst es, wir tun jetzt keine Marke runter machen, aber du weißt das ganz genau, wenn du in der Bubble bist, es stellt sich sehr schnell raus, ob der Köder im YPC einfach nur gut war, weil es Glück war oder weil andere Leute was drauf fangen. Erinnere dich an den Scanner, der Scanner ist gegangen wie Hölle. Und der ging auch am Wasser. Ich glaube, dass wirklich gute Köder sich durchsetzen und irgendwelche Stimmkopien halt nicht funktionieren. Das Lustige ist ja, die Angel-Influencer killen sich ja selbst. Erinnere dich mal an die lustigen weiß-orangenen Köderfischchen. Ja, okay. Das ist das Gute an Influencer-Sachen. Die killen sich gegenseitig, wenn sie was kopieren. Nee, aber da hast du vollkommen recht. Es wird immer sein, dass du mit Influencer immer Gott kriegst. Das ist aber beim Influencer, da würde ich die Angel-Influencer nicht rausnehmen. Ich sehe es oft bei Kati, bei meiner Frau, wenn die sich da ihre Instagram-Mädels anguckt. Also diese Schminkewand, die tut sich fast selber in dein Gesicht drücken scheinbar. Also das ist halt das Problem. Wir sind halt beeinflussbare Leute. Die Menschen sind Sachen, die du, der Mensch guckt sich, du kennst das bei einem kleinen Kind, ein kleines Kind guckt sich immer Sachen ab. Und das ist bei uns Erwachsene nicht anders mit irgendwelchen Influencern. Das ist bei mir nicht anders wie beim Golf. Ich kaufe zum Teil sieben Euro Golfbälle, wo ich genau weiß, ey, die schießen jetzt gleich ins Wasser. Das ist das Gute, deswegen ist Golf und fischen sehr nah beieinander. Da habe ich auch 20-Euro-Scanner in den Wald geschmissen, weil ich doof bin. Heute mache ich das mit sieben Euro Golfbällen. Das wird immer beim Influencer da sein. Und wenn dein Lieblingsangler oder dein Lieblingsgolfer irgendwas benutzt, dann benutzt du das auch. Überleg dir, was du dir für Sneaker zum Teil kaufen wirst, weil irgendein cooler Basketballer die trägt. Alter. Wir sind halt so. Wir sind halt so. Aber du hast vollkommen recht und das wirst dich rausgeben. Ich habe die Hoffnung und das ist einfach eine naive Hoffnung eines jungen Menschen, dass sich halt immer das Produkt durchsetzt. Die Realität zeigt aber, nein, tut sie nicht. Sonst würden sich keine Leute ein 200.000 Euro Auto kaufen. Ja. Wenn sie mit einem Fiat Panda auch fahren könnten. Also es hat ja ein bisschen was mit Statussymbolen zu tun. Okay. Ja, alles klar. Also auf meiner Liste steht kein weiteres Argument. Du hast eigentlich alles gesagt. Du hast mich überzeugt. Mich hast du überzeugt. Vielleicht hat Turkel noch euch überzeugt. Ich weiß nicht, ob du noch ein Argument hast. Wolltest du irgendwas ergänzen? Nee. Okay. Vielleicht hat er euch auch überzeugt. Wie ist denn eure Meinung in den Kommentaren? Probiert anständig unten in den Kommentaren zu sein und schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wie euch das Format gefällt und vielleicht habt ihr auch Themen, über die wir mal debattieren sollen. Würde uns auch interessieren und mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Mir hat es gar nicht. sehr lustig. Ja, auf jeden Fall. Du warst aber viel zu lieb, Eici. Du warst viel zu lieb. Digga, ich konnte nichts anderes mehr sagen. Ich will ja anständig debattieren hier mit dir. Ich will das Thema was sagen. Aber du hast alle Sachen hier von mir da rausgenommen und ich habe es verstanden, worauf du hinaus wolltest. Und deswegen, man konnte vielleicht auch erkennen, dass ich diesen Anti-Part, Anti-Influencer, ich persönlich auch nicht fahre. Und ich bin da eher pro Influencer und genau, dass sich kleine Märkte ihren eigenen Weg suchen müssen mit Marketing. Das ist halt auch meine persönliche Meinung. Es ist halt auch einfach alles nicht schwarz und weiß. Das muss man auch immer wieder sagen in den Debatten. Deswegen, solche Extremsachen sind halt auch nie richtig. Es ist immer schwierig und zum Beispiel mein Nachhaltigkeitsding ist komplett gelogen, weil wir zwei wissen ganz genau, es gab einen Shop, ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt, wie ist das nicht mehr eingefallen. Es gab doch einen ganz kleinen Shop, der mit den Tanks und Bleien und alles angefangen hat. Das war doch mit dem etwas, Fischerino. Fischerino. Die haben damit angefangen, keinen hat es interessiert, alle haben gesagt, was? Du tankst einen Bleikopf für einen Euro? Den gieße ich mir selber seit 30 Jahren. Was willst du denn von mir, Fischerino? Und zwei Jahre später, ja, wir haben übrigens jetzt, wir haben neutrale Verpackungen und guck mal, gleich geht aus den Regalen. Deswegen, das ist auch das Argument, du brauchst schon Kohle dafür und du brauchst Marketing und du brauchst Leute, die es reinhalten. Überleg diese, diese schrecklichen Mobisoft-Bait-Teile am Anfang, die du nicht in eine Tacklebox reintun kannst, weil sie sich aufgelöst haben. Also, es ist halt auch super schwierig und da brauchst du Geld, dass halt die Hälfte der Tacklebox, so wie es jetzt ganz oft bei Elmar B ist, die haben ja sehr viel ihr Plastik umgestellt, dass halt eine halbe Tacklebox halt aus solchen Köder besteht, dass halt nur noch die Hälfte zusammenrotzt. also das ist halt auch, da brauchst du halt auch einen langen Atem für, weißt du, du weißt, wie ich es mein, Eissi. auf jeden Fall. Deswegen ist es natürlich ein böses Argument zu sagen, ja, Nachhaltigkeit ist für große Firma, die Realität ist halt so. Auf jeden Fall. Also, wir haben auch sehr viel Nachhaltigkeit in der Firma, haben auch jemand, der sich darum kümmert bei uns, das können wir uns aber auch nur leisten, wenn wir eine große Firma sind. Wir haben ja irgendwie eine kleine PC-Bude hier im Ort mit zwei Mitarbeitern, näher, da wüsst ihr aber, dass der CO2-Ausstoß irgendwann ganz hinten auf der Liste steht. Man muss sich sowas leisten können und ich finde auch, und das ist deswegen auch wichtig, dass es die großen Firma gibt, die brauchen eine Verantwortung dafür und die nehmen sie Gott sei Dank auch gerade an, was ich auch übrigens sehr gut finde, dass sich jemand wie ZEK einfach mal sagt, ey, wir verbrennen jetzt einfach mal super viel Geld, hauen alles in irgendwelche Boxen. Diese ganzen Boxen, die herausgekommen sind, waren ja auch, um das Lager zu leeren, dass sozusagen die alten Verpackungen abverkauft werden, dass man dann auch mal nachhaltig neue Sachen machen kann. Ich glaube nicht, dass das ein super krasses Plusgeschäft für Carsten war, sondern ich glaube einfach, der ist überzeugt davon. Das hat man schon, du kannst dich noch erinnern, der Umbau, wo sie diese geile ZEK-Wand gemacht haben mit diesen lebenden Moos und so. Ich glaube, und deswegen finde ich das bei ZEK richtig gut, weil die leben das auch. Ich habe auch das Gefühl, dass Carsten das nicht fürs Marketing macht, sondern der macht das aus Überzeugung, weil er sagt, hey, es ist vielleicht einfach nicht geil, in unserer Gewässer die ganze Zeit Bleiköpfe reinzuschmeißen. Ist vielleicht auf Dauer keine kluge Idee und deswegen verpflichtet hat auch. Aber jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert. Auch Leute, wir nehmen das als Arschlusswort einfach. Ja. Was soll ich zu sagen? Noch zu den Leuten? Genau. Also Leute, sagt auch, was euch gefallen hat, ob wir auch andere Regeln machen sollen. Also irgendwie, gibt es irgendwie einen Joker oder sowas. Seid gern kreativ und gebt uns euer Feedback, wie ihr das Format fandet. Wir haben es ganz spontan einfach mal gemacht. Genau. Schaff es hat gefallen. Ganz spontan. Themen, Ideen dazu und was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik? Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Daumen nach oben. Nach unten geht auch, wie ihr wollt. Abo da lassen und was soll ich gespielt? Es ist alles wichtig, es bleibt gesund und das Abschlusswort. Wir sehen uns am Montag bei PC Bank, Folge 2. Bis zum nächsten Mal. U för höll sehr naught. Bis zum nächsten Mal. Tschüssй an. ims Töść Bis zum nächsten Mal.